So Schnecke, deine Herausforderung hat ja, du hast 16 gemacht, aber das war ja eine Verarschung. Also 6 hast du gemacht, hast du dir danach erzählt und 6 werde ich schaffen. Der war gar nichts. Ich habe noch einen Stein. Der war noch ein paar kleine. Ich glaube, der hat schon gereicht eigentlich. Hannes, wie viel hast du gezählt? Bei jedem? Ich habe ihn gar nicht gesehen durch die Kamera. Du hast ihn gar nicht gesehen. Zieh, komm, wir brauchen einen Schiedsrichter. Flip, zieh, es macht Schiedsrichter. Zieh, brauchen einen Schiedsrichter, komm, zähl mal. Noch zwei Versuche. Noch zwei Versuche. Nein, er war vier nur, ne? Ja, dreieinhalb. Komm, noch weiter. Ich habe es wieder gesagt. Ja, okay. Dann fahren wir in den Stein. Vielleicht hat er aber öfters geworfen. Hat er öfters geworfen. Ich habe auch vorhin schon einen mehr gehabt als sechs. Ja, naja. Noch mal? Ja, sechs. Locker sechs, ne? Sechs waren es ja. Mindestens sechs. Acht. Ja, Schnecke, hast du gesehen, mindestens acht. Das war gar nichts von dir. So, Spiel eins gewonnen gegen Kalla. Fertig. Ja, Schnecke, deine sechs, das war ja gar nichts. Also, ich habe acht gemacht. Wurde es mal ganz locker abgefuttert. Also, ich bin jetzt derjenige, der die Herausforderung angenommen hat, gewonnen hat und darf dadurch das nächste Spiel sich ausdenken. Ich habe mir überlegt, ich fordere den Philipp Chauner heraus. Der macht ja hier bei uns immer ein auf Mr. America. Ich kann alles. Superball, NHL, ja, jeden amerikanischen Sport. Der ist ja total begeistert. Letztes Jahr hat es am Automaten schon nicht gereicht für mich. Deswegen schaue ich mal, ob er hier an so einem kleinen Gangster-Court besser ist. Also, Philipp, jeder fünf Würfe von der Freiburflinie. Und, also ich kann das nicht, aber ich schaue mal, ob du das besser kannst. Dann, ich hoffe, du nimmst die Herausforderung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017